Ja, müsst ihr an die andere Kontrolle rauszunehmen. Gibt ja Führung. Was ist das denn? Was ist denn? Was ist denn? Du hast doch eine Story welche gehabt. Naja. Was war das? Hahahaha. Hahahaha. Wir haben uns das. Wissen. Wissen. Hiß. Mal sehen. Wissen. Hier oben. Das heißt du in der Schauer kann was vorbeizuflust. Öhh. Gibt's nicht. Neh Response! Ja. Oh, aber dann brauchst du halt Köhle. Ja. Hier oben. Jetzt! Sprich da hoch! In der Schauer kann man das nicht konstruieren, dass ich das nicht mache. Aber da brauchst du halt Köhle. Jetzt! Sprich da hoch! Auf dem Wangen. Na ja, das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Boah. Das sah gut aus. Das Ding. Was bringt denn das Leuchtding? Das Ding. Nee, da kannst du halt nur einmal kurz drauf, dann kannst du dann durch. Und dann pack ich einfach nur eine Temporera, damit. Temporera hochgedrücken. Okay, also wenn man länger braucht, steht vielleicht so durch. Okay, also wenn man länger braucht, steht Fesser durch. Ja, natürlich. Ja, sieht das gar nicht aus und aus. Keil! Ohhhh, die gibt's schon! Was war das denn? Was ist das? Was ist das? Das ist schon ein bisschen nach oben. Das ist solche, die Schmerzen sind nicht hinterher. Oh naja, ich bin jetzt. Oh Mann, hier ist das. Was ist das? Was ist das? Das wäre ein echt fieser Trick gewesen. Oh fuck! Ist er etwas dabei? Oh, ist er auch eine engen Geschichtige? Ja. Was ist das? 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 Nein! So. So, am I yes, yeah. Gut, sehr gut. Ah, sehns.